Hallo zusammen, in diesem Tutorial geht es darum, wie man mithilfe von Curve Finance eine bis zu neunfach gehebelte Long Position auf bestimmte Crypto Assets aufmachen kann, wie zum Beispiel den Bitcoin oder Ethereum. Und der Vorteil von Curve Finance ist, dass diese Position dann in den laufenden Kosten sehr, sehr viel günstiger ist als fast alle anderen Optionen da draußen. Und gleichzeitig ist Curve Finance vollständig dezentralisiert. Man muss also seine Assets nicht irgendeiner dritten Partei anvertrauen, wie zum Beispiel einem zentralisierten Exchange und dann darauf hoffen, dass man irgendwann womöglich auch seinen Gewinn wirklich ausgezahlt bekommt. Und was meine ich jetzt eigentlich konkret mit einer gehebelten Long Position? Das hier ist jetzt nur ein Beispiel. Hier steht jetzt ein Bitcoin, aber die Einlage kann auch viel kleiner sein. Also ich würde jetzt eine Einlage machen von zum Beispiel einem Bitcoin. Ich würde mir einen Fünffachhebel auswählen und dann wäre meine Gesamtposition fünf Bitcoin groß. Und zwar wäre das eine Long Position und das bedeutet, ich würde jetzt davon profitieren. Ich würde Gewinn machen, wenn die Kurse steigen und gleichzeitig würde ich dann eben auch Verlust machen, wenn der Bitcoin Kurs fällt. Aber im Vergleich zu dem Fall, dass ich quasi ein Bitcoin einfach nur kaufe und in mein Wallet tue, würde ich den fünffachen Gewinn machen bei steigenden Kursen und leider eben auch den fünffachen Verlust bei fallenden Kursen. Und das bedeutet auch, dass bei einer gehebelten Long Position oder bei eigentlich jeder gehebelten Position ein Totalverlust meiner Einlage möglich ist. Und das ist ja nicht so, wenn ich ein Bitcoin einfach kaufe, also vorausgesetzt mal der Bitcoin fällt jetzt nicht auf Null, dann werde ich ja immer mit irgendeinem Betrag aus dem Deal wieder rausgehen, selbst wenn der Kurs fällt. Irgendwas ist der Bitcoin ja noch wert und ich bekomme auch irgendwas zurück. Und in diesem Fall hier würde ich dann eben, je nachdem, wenn es ganz schlecht läuft, gar nichts bekommen. Meine gesamte Einlage wäre weg. Aber das ist gleichzeitig auch wieder ein Vorteil, weil mein Verlust ja tatsächlich auf die Einlage begrenzt ist, die ich gemacht habe. Und das wäre zum Beispiel, wenn ich ein Bitcoin einfach nur kaufe, in gewisser Weise ja schon so. Aber, denn nur wenn Bitcoin auf Null fällt, habe ich einen Totalverlust. Aber ich kann quasi nicht wirklich definieren, wo Schluss ist, wie viel ich verlieren möchte. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel nur 1000 Dollar verlieren möchte und Bitcoin fällt um 2000 Dollar, dann habe ich doppelt so viel Verlust gemacht, wie ich eigentlich machen wollte. Und in diesem Fall hier bei einer gehebelten Long Position kann ich halt sagen, wenn ich maximal 1000 Dollar verlieren will, dann mache ich eben auch nur eine Einlage von 1000 Dollar. Und würde dann eben fünffach profitieren vom Kursanstieg, würde aber auch quasi fünffach verlieren bis zum Totalverlust, wenn Bitcoin runter geht. In diesem Tutorial geht es jetzt nicht um die Funktionsweise des CurveUSD Stablecoins, der technisch letztendlich dahinter steckt, sondern nur um das Leverage Feature. Also nur um die Möglichkeit, gehebelte Long Positionen aufzumachen. Und es geht dabei auch wirklich nicht um so technische Details wie die Bänder oder die Formeln, die dahinter stecken und so. Also das ist was, was man sehr gut in der Dokumentation bei Curve selber nachlesen kann. Es ist aber jetzt nicht Gegenstand dieses Tutorials, sondern mir geht es hier wirklich nur um die rein praktischen Aspekte. Das heißt also vor allem, wie mache ich eine Position auf? Wie mache ich die nachher wieder zu? Wann macht die Position plus? Wann macht die Position minus? Und wann ist meine Position in Gefahr? Und was mache ich dann? Und ich verwende dafür, um das Ganze klar zu machen, eine Art Bilanzbetrachtung. Das ist so eine Methode, die ich bei meinen Tutorials immer wieder einsetze. Das ist quasi ein Röntgenblick auf die eigene Position. Es hilft also wirklich zu verstehen, warum geht was hoch? Warum geht was runter? Warum entsteht dadurch ein Risiko? Und wie komme ich jetzt raus aus dem Risiko und so weiter? Es ist viel einfacher, als wenn man das zum Beispiel einfach nur mündlich erzählt oder gar nicht mit irgendeiner Methode erklärt. Weil dann ist es irgendwann sehr, sehr kompliziert. Man muss sehr viele Sachen gleichzeitig im Kopf behalten. Und mit dieser Methode kann man das super einfach anschaulich machen. Und was ich hier aber auch wirklich nicht mache, das ist ein Clickthrough Tutorial. Also damit meine ich, ich setze jetzt mal voraus, dass ihr wisst, wie ihr ein Wallet eingerichtet habt und wie ihr Assets auf die Blockchain kriegt und wie ihr welchen Knopf drückt und irgendwie eine Transaktion abschickt. Sondern ich zeige einfach nur, wo man hinklicken muss. Ich zeige die Seiten, wo was passiert. Aber ich zeige jetzt nicht, wie man da irgendwie die einzelnen Sachen bedient. Und das Hebelprodukt von Curve Finance findet man ganz normal auf der Webseite von Curve Finance unter Curve.fi. Und den Link packe ich auch unten in die Videobeschreibung. Und hier gibt es rechts diesen Knopf Curve USD. Und wenn man den anklickt, dann ist man eigentlich auch schon da, wo man hin möchte. Denn das hier ist erstmal eine Liste mit den Assets, die hier unterstützt werden für gehebelte Long Positionen. Und das sind einige Varianten von Ethereum und zwei Varianten von Bitcoin, die sich auf dem Ethereum Mainnet befinden. Und es empfiehlt sich jetzt hier direkt mal den Advanced Mode anzumachen, denn der einfache Modus, der sieht zwar einfacher aus, aber man sieht hier nicht alles, was man sehen muss, wenn man zum Beispiel das Risiko seiner Position abschätzen möchte. Ich empfehle also sofort den Advanced Mode anzumachen und die Liste mit den Assets, die unterscheidet sich in erster Linie hier rechts durch die Kosten, die entstehen, wenn man hier eine Position aufmacht. Die Bower Rate, das sind quasi die Jahreszinsen und die liegen hier zur Zeit in einem sehr bullischen Szenario auf dem Weg zur Entscheidung des Bitcoin Spot ETF bei um die 10 Prozent maximal bis zu runter von 6 Prozent, würde ich sagen. Und vor einiger Zeit war das auch deutlich unter 5 Prozent sogar. Der wichtigste Vorteil von Curve Finance bei dieser Hebelposition besteht in den Kosten. Die Kosten sind sehr, sehr viel günstiger, 6 bis 10 Prozent. Das ist wirklich nichts im Vergleich zu Long Positionen zur Zeit bei anderen Protokollen wie zum Beispiel GMX oder auch zum Beispiel bei zentralisierten Plattformen wie Deribit, wo die laufenden Kosten für eine Position zur Zeit schon mal bei 50 bis 100 Prozent Jahreszinsen liegen können. Also im Klartext, wenn diese Bedingungen für ein Jahr gleich blieben, dann würde man quasi allein durch die Zinsen seine gesamte Position verlieren und das sieht natürlich bei 6 Prozent sehr viel günstiger aus. Es ist also vor allem geeignet für Long Positionen, die lange laufen. Also wenn man zum Beispiel wie zur Zeit darauf wartet, dass es eine Bitcoin Spot ETF Entscheidung gibt und die passiert in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwann, dann kann man hier also durchaus zwei Monate gemütlich long gehen, zahlt dann eben 6 Prozent pro Jahr, was in diesen zwei Monaten dann eben nicht besonders viel ist im Vergleich zu dem Gewinn, den man machen kann. Und ich sage es auch direkt vorweg, diese gehebelte Long Position bei CurveUSD ist nicht so sehr geeignet für Stay Trading, weil dafür das Ganze irgendwie doch ein bisschen zu unflexibel ist. Ja, also dafür ist CurveUSD aber vollständig on-chain. Es besteht nur aus Smart Contracts. Es ist vollständig dezentralisiert. Man vertraut seinen Assets keiner dritten Partei an. Dahinter steht ein sehr erfahrenes Entwicklerteam. Curve Finance ist ja ein absolutes DeFi-Urgestein. Und es bietet ein ganz spezielles Feature an, die sogenannte Soft Liquidierung, die quasi darin besteht, dass die eigene Position zwar, wenn man zu sehr ins Minus rutscht, liquidiert wird, aber nur teilweise. Man verliert also nicht sofort die ganze Position. Das passiert dann später, wenn der Kurs extrem runter geht. Aber man verliert erstmal nur einen Teil seiner Einlage. Und vor allem, wenn der Kurs wieder hoch geht, dann bekommt man einen großen Teil der Einlage wieder zurück. Das heißt, die Position wird erst abgebaut bei fallenden Kursen und dann bei neu steigenden Kursen langsam wieder aufgebaut, sodass man abzüglich einer Gebühr wieder am selben Punkt ankommt, wenn die Kurse sich später erholen. Die Nachteile von Curve USD sind auf jeden Fall, dass es zur Zeit nur diese zwei Assets gibt, Ether und Bitcoin. Es gibt zwar verschiedene Varianten, aber das ist es dann eben auch. Und es läuft nur auf dem Ethereum Mainnet. Das heißt, wir haben sehr, sehr hohe Gasgebühren. Und das wird wahrscheinlich, wenn tatsächlich jetzt ein Bullenmarkt kommt, sicherlich noch viel extremer. Eine Position aufzumachen kostet zur Zeit im November 2023 so um die 60 Dollar. Das Ganze lohnt sich also jetzt nicht bei sehr kleinen Einlagen, außer Bitcoin würde jetzt förmlich explodieren. Also wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, 100 Dollar einlege, dann würde ich quasi meinen gesamten Gewinn mehr oder weniger durch die Gasgebühren, die ich hier bezahle, schon verlieren. Ja, es gibt auch nicht wirklich sowas wie Take Profit und Stop Loss. Also es gibt kein Risikomanagement, das über jetzt bestimmte Kurse funktionieren würde, wo man dann sagt, so ich möchte jetzt bei dem und dem Kurs raus und meinen Gewinn mitnehmen oder raus und meine Verluste begrenzen. Dafür gibt es andere Mechanismen. Aber es gibt eben nicht diesen ganz simplen Take Profit oder Stop Loss Knopf. Das haben wir hier einfach nicht. Und was auch nicht, geht das in Short Positionen. Es geht einfach wirklich nur Long Positionen. Das ist natürlich ein riesen Nachteil, aber das liegt auch in der Natur der Sache. Und das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier irgendwann mal Short Positionen unterstützt werden. Es gibt zwar sicherlich auch Ideen, wie man das machen kann, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass das in naher Zukunft kommt. Außerdem ist Curve USD nicht wirklich geeignet für das Day Trading. Das liegt natürlich an der Kostenstruktur, vor allem, weil wir uns auf dem Ethereum Mainnet bewegen. Und immer wenn man irgendetwas hier macht, muss man eine Transaktion abschicken und die Gasgebühren zahlen. Und weil das Protokoll sehr komplex ist, sind die Gasgebühren eben auch nicht wirklich niedrig. Day Trading kann man hier nicht machen, außer man macht es vielleicht mit irgendwelchen Hunderttausender Beträgen oder vielleicht sogar Millionen Beträgen. Ja, aber ich glaube nicht, dass jemand das wirklich so machen würde. Und das hier sind die Inhalte, über die ich in diesem Video sprechen werde. Und ich empfehle auf jeden Fall hier durch die Kapitel zu springen und nicht alles irgendwie unbedingt auf einmal zu gucken. Ihr könnt ja dann zurückspringen, wenn irgendetwas unklar ist und ihr das irgendwie nochmal nachschauen wollt. Und ich werde jetzt hier auch diese Inhalte einfach nur kurz einblenden. Ihr könnt ja auf die Pause-Taste drücken und euch das in Ruhe durchlesen. Und diese ganzen Themen, die findet ihr eben unten auch in der Videobeschreibung in den einzelnen Kapiteln wieder. Und könnt ihr eben da auswählen, was ihr wissen wollt. Und das hier ist also die Liste der Assets, die zurzeit unterstützt werden. Varianten von Ether und Varianten von Bitcoin. Und das ist auch die Einlage, die ich machen muss. Also wenn ich jetzt eine gehebelte Long-Position auf den Bitcoin aufmachen möchte, dann brauche ich dieses entsprechende Asset. Wenn ich hier also WBTC aussuche, dann brauche ich WBTC in meinem Wallet, um eine Position hier aufzumachen. Das ist also nicht so wie bei anderen Exchanges zum Beispiel, wo man eine Position aufmacht, indem man Dollar hinterlegt und dann Long-Bitcoin geht. Sondern die Einlage hier ist tatsächlich das Asset, das man auch hebeln möchte. Und da empfiehlt es sich natürlich, wenn man schon einmal hier ist und jetzt quasi Kunde wird bei Curve Finance, dass man dann auch hier direkt sich die entsprechenden Assets kauft. Das geht hier links oben über den Swap-Knopf und dann kann man hier eben die Assets entsprechend kaufen. Zum Beispiel werde ich hier in diesem Tutorial die ganze Zeit mit einer Einlage von 1000 US-Dollar arbeiten. Als Beispiel, das kann man sehr gut machen. Und hier sieht man, man bekommt aktuell ungefähr 0,028 Bitcoin und in allen Beispielen werde ich diese langen Nachkommastellen alle streichen. Und ich spreche jetzt ab jetzt nur noch von 0,028 Bitcoin, drei Nachkommastellen reichen, sonst wird das Video einfach zu lang. Und in diesem Beispiel habe ich ja jetzt also 1000 US-Dollar als Startkapital. Das ist das Geld, mit dem ich angefangen habe, bevor ich diese Position aufgemacht habe. Und dafür habe ich mir dann 0,028 Bitcoin gekauft und die sind dann eben auch 1000 Dollar wert. Und das heißt, meine Position, die ich jetzt gerade habe, besteht aus ungefähr 1000 US-Dollar in Form von Bitcoin in meinem Wallet. Es ist also tatsächlich schon eine Long-Position, denn ich profitiere ja hier von steigenden Bitcoin-Kursen. Meine Position wird wertvoller, wenn Bitcoin im Kurs hochgeht. Und auf der rechten Seite ist quasi jetzt der Zustand meiner Investition, damit ich weiß, von wo, womit ich angefangen habe. Und welche Auswirkungen, quasi Änderungen an meiner Position haben auf den Zustand meiner Investition. Und hier sind so Sachen drin, wie erstmal das, womit ich angefangen habe, dann, ob ich Gewinn gemacht habe, ob ich Verlust gemacht habe und womöglich, wie viel ich mir ausgeliehen habe an Kapital. Das sind alles Dinge, die hier auf der rechten Seite stehen. Und das wird im Laufe dieses Tutorials dann nochmal klarer. Also ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, der Bitcoin steigt jetzt von 35.000 US-Dollar auf 40.000 Dollar. Dann würde quasi meine Position im Wert steigen und zwar auf 1120 Dollar. Aber die Anzahl der Bitcoin in meinem Wallet bleibt natürlich gleich. Also ich kaufe mir Bitcoin, halte die in meinem Wallet, Kurs geht hoch. Dann ändert sich natürlich nicht die Zahl der Bitcoin, sondern nur der Wert. Und das heißt also, ich habe hier einen Gewinn von 120 US-Dollar zu verzeichnen. Und deshalb ist jetzt auch der Zustand meiner Investitionen sozusagen gestiegen, beziehungsweise der Wert meiner Investitionen ist gestiegen. Durch das Startkapital und den Gewinn bin ich jetzt bei 1120 Dollar. Und natürlich muss ich die linke Seite auch korrigieren, denn die Gesamtpositionsgröße ist ja auch im Wert gestiegen auf 1120 Dollar. Also ein super einfaches Beispiel und genau dieses Prinzip werden wir jetzt bei jedem einzelnen Schritt, wenn es um Curve Finance geht, um meine gehebte Long Position anwenden, um zu verstehen, was passiert in der Position. Es ist also wirklich wie ein Röntgengerät, mit dem ich auf meine Position schauen kann. Wenn ich eine Long Position aufmachen möchte, dann suche ich mir zunächst mal das Asset aus, mit dem ich Long gehen möchte. In diesem Fall wäre das hier der WBTC. Ich habe ja 0,028 WBTC gekauft, den Wert von 1000 Dollar. Und das heißt, ich wähle das hier aus. Und auf der folgenden Seite muss ich dann das Leverage Produkt auswählen. Eben nicht auf Create Loan klicken, was hier voreingestellt ist, sondern zunächst auf Leverage, weil ich sonst einfach in einem ganz anderen Produkt bin. Und auf der folgenden Seite kann ich jetzt meine Long Position definieren und zu meiner Long Position gehören zwei Teile. Der erste Teil ist eine Sicherheit, die ich hinterlege und der zweite Teil ist ein Darlehen, das ich nehme. Und zunächst einmal trage ich hier also meine Sicherheit ein und die Sicherheit, die ich hinterlege, das sind eben 0,028 ungefähr Wrapped Bitcoin. Und das Ganze sieht dann in der Bilanz folgendermaßen aus. Hier in der Bilanz würde sich eigentlich nur die linke Seite ändern und zwar würden die Bitcoin, die ich in meinem Wallet habe, als Sicherheit bei Curve hinterlegt. Die sind also jetzt nicht mehr in meinem Wallet. Und technisch gesehen bei einer Bilanz wäre das jetzt also eine Forderung, die ich habe an Curve Finance, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe einfach jetzt bei Curve Finance eine Sicherheit hinterlegt in Höhe von 0,028 Bitcoin und die befinden sich nun dadurch eben nicht mehr in meinem Wallet. Und der nächste Schritt besteht jetzt darin, dass ich hier ein Darlehen definiere, das ich von Curve Finance bekomme für meine Position. Und dieses Darlehen darf tatsächlich höher sein als das, was ich als Sicherheit hinterlegt habe. Ich habe ja hier einen Gegenwert von 1.000 Dollar als Sicherheit hinterlegt und ich kann mir hier 4.000 Dollar ausleihen. Und dieses Darlehen bestimmt dann auch den Hebel, den ich einsetze, denn ich habe hier 1.000 Dollar eingelegt. Ich leihe mir 4.000 Dollar und das gibt in der Summe 5.000 Dollar. Und das heißt, ich habe hier also fünfmal mehr an Positionsgröße, als ich an Sicherheit hinterlegt habe. Es ist also ein Hebel von 5. Und in der Bilanz sieht das dann eben so aus, dass ich hier auf der rechten Seite ein Darlehen stehen habe von 4.000 Dollar. Die gehören mir natürlich nicht, sondern die muss ich am Ende wiedergeben. Aber die Gesamtsumme, die jetzt meine Position wert ist, die liegt dann eben bei 5.000 Dollar, weil ja mein Startkapital plus das Darlehen 5.000 Dollar ergibt. Das heißt also, der Zustand meiner Investition liegt jetzt bei 5.000 Dollar und meine Position dagegen, die ändert sich dadurch, dass dieses Darlehen jetzt automatisch im Hintergrund von Curve Finance umgewandelt wird, direkt in Bitcoin. Und ich habe dadurch also jetzt zu diesem Kurs von 35.000 US-Dollar 0,114 Bitcoin in meiner Position und zwar nicht in meinem Wallet. Das ist ganz wichtig. Diese Bitcoin, dieses Darlehen wird mir nicht ausgezahlt. Ich habe keine Chance, auf dieses Darlehen zuzugreifen. Es wird einfach nur in meine Position gebucht und meine Position ist jetzt also insgesamt 0,142 Bitcoin groß und das entspricht 5.000 Dollar. Und das macht also jetzt den Hebel von 1 zu 5 aus. Das heißt, ich sehe hier also auch, wenn ich die Einlage gemacht habe oder bevor ich die mache, eine gesamte Positionsgröße von 0,137 WBTC ist also ungefähr in dem Bereich. Klar, der Bitcoin Kurs steht jetzt zur Zeit nicht wirklich bei 35.000, deshalb ich habe also quasi in den Beispielen alles ein bisschen vereinfacht. Die Zahlen stimmen hier nicht überein, aber es ist wirklich eine fünffach gehebelte Longposition, denn das wird mir hier oben auch unter Leverage angezeigt. 4,99 mal, also ein 4,99 facher Hebel, also ungefähr ein fünffacher Hebel. Man kann das nicht so genau, dadurch, dass der Bitcoin Kurs schwankt, nicht so auf die Nachkommastelle genau bestimmen. Kann man natürlich schon, aber da muss man auch so schnell sein und vor der nächsten Kursaktualisierung quasi die Einlage auch machen. Der Aufwand lohnt irgendwie nicht. Also ein bisschen Rundungsfehler sind irgendwie mal dabei. Meine Position entwickelt sich natürlich über die Zeit weiter und in erster Linie fallen jetzt zunächst mal Zinsen an. Die sind auf jeden Fall gewiss, ob ich Gewinn mache oder Verlust ist ja in der Situation noch unsicher, aber was sicher ist, das ist, dass ich Zinsen zahlen muss. Und die Zinsen entsprechen der Borrow Rate hier. Die liegt zur Zeit hier bei 6,75 Prozent, aber in meinem Beispiel habe ich jetzt eben 5 Prozent genommen, damit es einfacher zu rechnen ist. Und das sind Jahreszinsen auf die Positionen. Das Ganze sieht dann eben in meiner Position folgendermaßen aus. Zum Beispiel nach 10 Tagen würde ich ungefähr 5 Dollar Zinsen bezahlen und diese 5 Dollar, die ich hier bezahle, die werden im Grunde direkt auf mein Darlehen aufgeschlagen. Das heißt, wenn ich irgendwann mein Darlehen zurückzahle, dann fehlen 5 Dollar. Ich habe 4000 Dollar in Bitcoin, es fehlen 5 Dollar und die müssen irgendwo herkommen und die werden schlimmstenfalls letztendlich von meiner Sicherheit abgezogen. Das heißt also, wenn ich quasi aus der Position rausgehen würde in diesem Zustand hier, dann würde ich erstmal quasi 5 Dollar minus machen. Ich würde 5 Dollar weniger bekommen, als ich eingezahlt habe und diese 5 Dollar, das wären eben die Zinsen, die gehen an Curve. Und das ist auch mal ganz wichtig zu verstehen. Curve ist ja jetzt nicht irgendeine Firma, die das dann einkassiert, sondern es gibt sogenannte Liquidity Provider, die diese Zinsen bekommen dafür, dass sie diese Darlehen hier vergeben. Und jeder, der ein Wallet hat und die entsprechenden Assets hat, kann Liquidity Provider werden in den sogenannten Curve-USD-Pools und quasi hier diese Zinsen verdienen. Also zum Beispiel 6,75 Prozent zur Zeit oder sogar 10 Prozent auf den Stablecoin-Curve-USD. Die Zinsen fallen dabei kontinuierlich an. Das heißt also nicht, dass die Zinsen anfallen, wenn man aus der Position rausgeht, sondern quasi mit jeder Sekunde oder mit jedem Block auf dem Ethereum-Netzwerk, das wären also ungefähr alle 12 Sekunden, werden die Zinsen berechnet und aufgeschlagen auf das Darlehen. Und dann natürlich im Verhältnis, das heißt nach einem Jahr wären dann 6 Prozent zusammen und so würde man quasi mit jedem Block oder mit jeder Sekunde einen Prozentsatz, einen gewissen Bruchteil von 6 Prozent pro Jahr an Zinsen haben. Und man kann das quasi auch sehen, wenn man sich seine Position bei Curve-USD anschaut, wie die Zinsen nach und nach hochgehen, indem man die Seite mal so alle 10 Minuten aktualisiert. Da wird man immer so einen Cent-Betrag sehen, der quasi auf das Darlehen aufgeschlagen wird. Im besten Fall macht meine Position natürlich Plus und das wäre der Fall, wenn Bitcoin steigt und hier in diesem Beispiel würde Bitcoin jetzt von 35.000 auf 40.000 US-Dollar steigen und das würde bedeuten, dass meine Sicherheit, die ich hinterlegt habe, auch im Wert steigt, nämlich von 1000 Dollar auf 1120 Dollar und auch die Assets, die ich mir ausgeliehen habe, die steigen ebenfalls im Wert. Wohlgemerkt, mein Darlehen lautet ja auf US-Dollar, das heißt also mein Darlehen steigt nicht im Wert, aber meine Assets steigen im Wert und das wäre hier in diesem Fall dann eben auf 4.560 US-Dollar. Und dadurch würde sich ein Gewinn von 680 US-Dollar ergeben und diesen Gewinn, den schreibe ich natürlich auch auf die rechte Seite, wo ich den Zustand meiner Investitionen mir anschaue. Und das heißt, meine Investition ist jetzt 5.680 US-Dollar wert, allerdings muss ich ein bisschen im Kopf behalten, dass davon ja 4.000 Dollar nur ein Darlehen sind, das ich dann später zurückzahlen muss. Plus natürlich die Zinsen, die Zinsen habe ich hier aber weggelassen, um das Ganze zu vereinfachen. Und die linke Seite, die ändert sich jetzt natürlich auch, denn die Gesamtposition von 0,142 Bitcoin, die ist jetzt nicht mehr 5.000 Dollar wert, sondern 5.680 US-Dollar. Und angenommen, ich hätte jetzt genug Gewinn gemacht, 680 US-Dollar sind reichlich und ich möchte jetzt aus der Position raus, wie würde diese Position dann aufgelöst werden? Und im ersten Schritt würden natürlich erstmal die Zinsen hier drauf geschlagen, die angefallen sind. Und das heißt, mein Darlehen würde sich dann erhöhen auf 4.050 US-Dollar. Und wie gesagt, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das passiert nicht erst, wenn die Position aufgelöst wird. Ich habe es hier aber in diesem Fall vereinfacht. Und damit jetzt dieses Darlehen hier gedeckt werden kann, würde man von den Assets, die quasi in der Position drin sind, einen Teil verkaufen, um das Darlehen zu decken. Also Bitcoin im Wert von 4.050 US-Dollar würden verkauft werden. Und dann würden sich quasi die Assets, die sich in meiner Position befinden, entsprechend reduzieren. Die Bitcoins würden geswappt werden in Curve-USD, weil das ist die Währung, mit der hier quasi US-Dollar notiert wird. Und diese 4.500 Curve-USD, die aus meiner Position genommen wurden, würden dann verrechnet werden mit dem Darlehen. Das Darlehen wäre also weg. Und der Gesamtzustand meiner Investition wäre dann nur noch 1.630 US-Dollar. Und das ist tatsächlich auch der wahre Zustand meiner Investition, weil das ist das, was mir gehört. Und das schauen wir jetzt mal nach, ob das stimmt. Denn wenn man jetzt also quasi diese Assets hier, die Bitcoins zusammenrechnet, dann käme man auf 0,041 Bitcoin, die in der Position verbleiben. Und die sind tatsächlich auch 1.630 US-Dollar wert. Und diese Bitcoin, die gehören dann mir. Und die könnte ich, wenn die Position aufgelöst wird, in mein Wallet übertragen. Und das ergibt dann natürlich eine schöne Rendite, denn der Kurs des Bitcoin ist ja nur um 14% gestiegen. Aber meine Investition ist dadurch, dass ich einen Fünffachhebel angewendet habe, um 63% gestiegen. Ich habe also 630 Dollar Gewinn gemacht auf eine Einlage von 1.000 Dollar. Und die bekomme ich dann in Bitcoin ausgezahlt, also in WBTC in diesem Beispiel. Und das wären dann eben jetzt hier in diesem theoretischen Beispiel 0,013 Bitcoin, die ich plus machen würde. Und was wäre jetzt, wenn es schlecht laufen würde und Bitcoin fallen würde auf, sagen wir mal, 30.000 US-Dollar? Dann würde quasi auch der Wert meiner Sicherheit sinken. Und zwar von 1.000 Dollar auf 840 US-Dollar. Und die Assets, die ich mir ausgeliehen habe, würden auch im Wert verfallen. Wären nur noch 3.420 US-Dollar wert statt der 4.000. Und das ergibt dann eben einen Verlust von 740 US-Dollar in meiner Position, was meine Investition angeht. Und gleichzeitig muss ich natürlich trotzdem auch noch die Zinsen zahlen von 50 US-Dollar. Die würden auf meinen Darlehen wieder aufgeschlagen werden. Und wie wird das Ganze jetzt aufgelöst? Das Ganze wird so aufgelöst, dass zunächst einmal die Assets umgewandelt werden in US-Dollar, also in Curve-USD. Und diese Assets würden dann verrechnet werden mit dem Darlehen. Aber bei dem Darlehen würde dann eben noch ein Rest übrig bleiben. Ein Restdarlehen von 630 US-Dollar. Und das ergibt dann eben einen Gesamtzustand meiner Investition von nur noch 840 US-Dollar. Und das stimmt auch, weil meine Sicherheit beträgt auch 840 US-Dollar. Und damit jetzt dieses Darlehen wegkommt, dann muss ja weiter abbezahlt werden. Die 630 US-Dollar müssen ja irgendwo herkommen. Die werden dann von meiner Sicherheit genommen. Und das heißt, es bleiben nur noch 0,007 Bitcoin übrig. Das Darlehen wäre weg. Und diese 0,007 Bitcoin wären dann nur noch 210 US-Dollar wert. Und die würde ich dann auch auf mein Wallet bekommen. Aber ich hätte einen großen Teil meiner Einlage verloren. Das ergibt dann auch eine sehr schlechte Rendite. Nämlich der Kurs vom Bitcoin wäre ja nur 14% gefallen in diesem Fall hier. Und das Startkapital hat sich aber um fast 80% reduziert. 79% Verlust. Und ich hätte von meiner Einlage von 0,28 Bitcoin, also von 0,028 Bitcoin, dann eben ganze 0,021 Bitcoin verloren. Und es würde hier diese James-Bond-Zahl 0,07 übrig bleiben. Das ist ja dann echt ein herber Verlust. Und daran sieht man dann, dass eine gehebelte Long-Position eben auch sehr schnell sehr hohe Verluste bedeuten kann. Durch den Hebel, weil sich eben alles verfünffacht oder versechsfacht. Je nachdem, wie groß der Hebel ist, den man ausgewählt hat. Und was ist jetzt, wenn meine Sicherheit nicht mehr ausreicht, um das Darlehen zurückzuzahlen, weil der Bitcoin-Kurs zu stark gefallen ist? Also in diesem Beispiel wäre das ja so, dass ich 3.352 US-Dollar an Assets habe und gleichzeitig ein Darlehen von 4.000 Dollar. Das heißt, die Assets, die ich mir ausgeliehen habe, reichen nicht aus. Wenn ich die verkaufe, bleibt immer noch ein Rest stehen in meinem Darlehen. 3.352 US-Dollar reichen nicht aus, um ein Darlehen von 4.000 Dollar vollständig zurückzuzahlen. Dafür bräuchte ich dann eben meine Sicherheit. Und wenn jetzt der Verlust so groß ist, dass die Sicherheit, die ich hinterlegt habe, nicht mehr reicht, um diesen Verlust zu decken, um diesen Unterschied zu decken, dann würde die Plattform meine Position automatisch auflösen und glattstellen auf Nullstellen. Und das passiert in diesem Beispiel hier bei 29.410 US-Dollar. Wenn der Bitcoin so weit fällt, dann ist der Moment gekommen, wo meine Position endgültig wertlos ist. Und diese Position wird dann so aufgelöst, dass zunächst einmal alle Assets, die ich in meiner Position drin habe, verkauft werden und in Dollar umgewandelt werden. Und da kämen dann 4.176 US-Dollar raus. Und diese US-Dollar würden dann verwendet werden, um dieses Darlehen zu decken. Dann ist das Darlehen abgezahlt und diese 176 restlichen Dollar, die dann übrig bleiben, die gehen dann eben an Curve. Das wäre so eine Art Gebühr für die Liquidierung. Und dadurch ist quasi meine gesamte Position auf Null. Und das heißt, ich habe auch nichts, was mir ausgezahlt wird. Ich gehe also komplett leer aus, habe alles verloren und bin dann quasi raus und kann mit dem Restgeld, das ich dann hoffentlich noch habe, eine neue Position aufmachen. Zum Glück muss man das nicht selber ausrechnen, wo die Liquidierungsgrenze liegt. Genau, das ist ein bisschen kompliziert zu rechnen. Stattdessen kann man sich hier, wenn man die Position aufmacht und später, wenn man die Position managt, ebenfalls sich hier an dieser Liquidation Range, an diesem grünen Balken orientieren. Und maßgeblich für die Liquidierung ist die linke Seite des Balkens. Das heißt, hier in diesem Fall steht dieser Balken bei etwas über 30.000 Dollar. Und bei über 30.000 Dollar, knapp über 30.000 Dollar, wäre also meine gesamte Position verloren. Und dieser grüne Balken hier, der besagt einfach, dass vor, bevor das passiert, noch so eine gewisse Preisspanne existiert, in der eine sogenannte Soft-Liquidierung passiert. Das ist so eine Art Vorwarnzeit. Das heißt, wenn hier der Preis also zum Beispiel auf unter 32.000 Dollar fällt, also in diesen grünen Balken reinfällt, dann würde meine Position nur teilliquidiert werden. Ein Teil meiner Position würde verwendet werden, um die Position zu besichern. Und wenn der Bitcoin-Preis dann weiterfallen würde unter diese Untergrenze, dann erst würde meine Position komplett aufgelöst. Und ich hätte meine gesamte Einlage verloren. Und in dieser grünen Liquidation-Range, solange der Preis sich darin bewegt, wird meine Position auch wieder neu zurück aufgebaut, wenn der Preis wieder nach oben geht. Das heißt also, wenn der Preis da reingeht, dann wird ein Teil meiner Position aufgelöst. Und wenn der Preis sich wieder aus der Liquidation-Range nach oben raus bewegt, dann würden die ganzen Assets, die ich dabei verloren habe, quasi wieder zurückgegeben. Meine Position wäre wieder in dem alten Zustand, aber leider abzüglich einer gewissen Gebühr. Und die ist auch nicht ganz ohne. Man kann sich die Liquidation-Range auch genauer anzeigen lassen, indem man mit der Maus über diesen grünen Balken fährt. Dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Und da sieht man dann also, dass die Liquidation-Range hier in diesem Fall bei 30.611 Dollar losgeht. Also das bedeutet, ab da würde meine Gesamtposition dann liquidiert werden. Und das andere Ende dieser Range sind 33.000 Dollar ungefähr. Und hier würde die Soft-Liquidierung beginnen. Und bei der Soft-Liquidierung ist es so, dass ich meine Position ab dann nicht mehr erweitern kann. Ich kann also hier dann mein Risiko nicht mehr erhöhen. Ich habe schon die Möglichkeit, mein Risiko zu reduzieren. Aber höheres Risiko ist dann einfach nicht mehr drin. Ich kann mich also quasi um diese Position kümmern, bevor es zu spät ist. Außer natürlich Bitcoin fällt drastisch. Also wenn wir jetzt bei 36.000 sind und Bitcoin würde jetzt auf 29.000 fallen, während ich irgendwie nachts schlafe oder so oder irgendwo unterwegs bin und das nicht mitbekomme, dann wäre quasi meine gesamte Position weg ohne Vorwarnzeit. Aber das sind eben dann diese Risiken, die damit verbunden sind, dass man eine Long-Position mit einem Hebel offen hat. Bei einer Soft-Liquidierung würden also meine Assets zum Teil nur verkauft werden. Meine Position würde nicht ganz aufgelöst werden. In diesem Fall wäre es also so, dass zum Beispiel 0,025 Bitcoin verkauft würden und die würden umgewandelt dann eben in US-Dollar, dann mit dem Darlehen verrechnet. Also dadurch würde das Darlehen teilweise zurückgezahlt werden. Und dadurch würde sich meine Positionsgröße vorübergehend reduzieren. Und gleichzeitig dann eben auch der Zustand meiner Investition, weil das Darlehen ja runtergegangen ist. Zusätzlich würde aber auch eine Gebühr anfallen. Und diese Gebühr, die würde letztendlich aufs Darlehen angerechnet. Der Verlust würde sich durch diese Gebühr erhöhen. Und dadurch wäre ich aber wieder in einem sicheren Bereich, weil jetzt durch die Reduzierung des Darlehens meine Position so beschaffen ist, dass meine Sicherheit wieder ausreicht, um quasi das Darlehen zu decken. Man sieht es ja hier, der Verlust ist kleiner geworden als die Sicherheit, die ich hinterlegt habe. Und natürlich kann es sein, dass der Bitcoin-Preis dann wieder hochgeht und dann findet eine sogenannte Deliquidierung statt. Das passiert nur bei der Soft-Liquidierung. Wenn also meine Position noch besteht und in dieser Liquidation-Range drin ist, dann würde quasi meine Position wieder aufgebaut. Und das funktioniert vor allem, weil ja die Assets, die in meiner Position drin sind, also sowohl die, die ich mir ausgeliehen habe, als auch die Sicherheit im Wert wieder steigen. Daraus würde sich also ein Gewinn ergeben. Dieser Gewinn liegt bei 234 US-Dollar und dadurch würde auch der Wert meiner Investitionen eben wieder steigen. Und dadurch ergibt sich eben auch ein neuer Spielraum, weil wenn ich Verlust und Gewinn verrechne, dann bin ich bei 531 US-Dollar insgesamt noch an Verlust. Das ist aber deutlich weniger als vorher. Und natürlich würde sich ein größerer Abstand zu der Sicherheit ergeben, die ich hinterlegt habe, die ja jetzt bei ungefähr 900 US-Dollar liegt, sodass also da wieder ein neuer Spielraum entstanden ist. Und in diesem Fall würde das Darlehen erweitert werden, also mir würde quasi das Darlehen erhöht werden. Ich bekäme also 250 US-Dollar. Und diese 250 US-Dollar, die werden verwendet, um davon wieder Bitcoin zu kaufen. Die Bitcoin werden wieder in meine Assets, in meine Position reingepackt. Und dadurch würde jetzt also meine Position im Wert steigen und sich vor allem auch vergrößern, weil die Anzahl der Bitcoin, die in meiner Position drin liegen, die sind ja größer geworden und ich würde jetzt weiterhin von steigenden Bitcoin-Kursen profitieren. Vor allem, wenn natürlich der Bitcoin-Kurs aus der Liquidation-Range nach oben wieder rausgehen würde, dann wäre mir die Liquidierung erspart geblieben und ich hätte nur vorübergehend ein bisschen was an Gebühr verloren. Wenn ich später meine Position nochmal managen möchte, also zum Beispiel erweitern möchte oder ein bisschen reduzieren möchte oder ähnliche Dinge, dann kann ich das machen, indem ich hier an dieselbe Stelle gehe, in diese Liste mit den Assets und dann sehe ich hier, erkenne ich meine Position an dem kleinen Dollarzeichen, das davor ist. Und hier sehe ich auch, dass meine Schulden schon um einen Dollar gestiegen sind durch die Zinsen von 4.000 auf 4.001 Dollar. Und wenn ich hier auf dieses Dollarzeichen oder auf das Asset daneben klicke, dann bin ich in meiner Position drin und kann die managen. Wenn ich zum Beispiel meine gesamte Position schließen möchte, dann kann ich das am einfachsten und am schnellsten machen, hier über diesen De-Leverage-Bereich. Und wenn ich hier also draufklicke, dann habe ich hier die Möglichkeit, meine Gesamtposition aufzulösen, indem ich hier das Maximum anklicke. De-Leverage dient eigentlich dazu, den Hebel zu reduzieren, wenn ich also nicht mehr Fünffachhebel haben will, sondern Vierfachhebel, dann kann ich das hier über diese Funktion machen. Darauf gehe ich auch später nochmal ein. Aber auflösen kann ich das Ganze hier, indem ich hier auf Maximum klicke und dann bekomme ich meine gesamte Position ausgezahlt. Mein Darlehen wird abbezahlt und alles, was sich dann ergibt, nämlich meine Sicherheit plus den Gewinn, das bekomme ich in mein Wallet. Aber, und das ist eine kleine Besonderheit hier, in Form von Curve-USD und nicht in Form von Bitcoin. Aber klar kann ich dann sofort die Curve-USD wieder umtauschen in Bitcoin und hätte dann quasi auch meinen gesamten Gewinn in Bitcoin ausgezahlt. Aber wenn ich jetzt meine Position weiterlaufen lassen möchte, also nicht komplett auflösen möchte, sondern einfach nur mal ein bisschen Gewinn entnehmen will, dann habe ich dafür zwei Möglichkeiten. Die eine ist Borrow More. Das heißt, ich würde quasi ein Darlehen auf meine Position aufnehmen. Und die zweite Variante wäre, dass ich meine Sicherheit reduziere. Das heißt, ich würde also Collateral entnehmen. Und bei der Variante Borrow More, die finde ich hier in dem Loan-Bereich. Da kann ich hier also auf Borrow More klicken und dann habe ich hier die Möglichkeit einzutragen, wie viel ich mir leihen möchte gegen meine Position. Meine Position würde also quasi mein Darlehen, das ich jetzt nehme, besichern. Ich würde die Curve-USD, die ich hier ausleihe, in mein Wallet bekommen. Die wären also nicht mehr Teil meiner Position. Dadurch würde sich aber mein Darlehen erhöhen. Und das ist natürlich durch den Gewinn, den ich in der Position gemacht habe, begrenzt. Also ich kann jetzt nicht mehr entnehmen, als ich Gewinn gemacht habe. Und wenn ich trotzdem mehr entnehmen möchte, dann habe ich hier die Möglichkeit sogar auch noch ein bisschen mehr an Sicherheit zu hinterlegen. Ich muss also dann, wenn mir die Summe, die ich hier normalerweise ausleihen kann, nicht ausreicht, kann ich einfach noch mal ein bisschen Bitcoin da reintun, kann ich noch mehr ausleihen. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Es gibt vielleicht irgendwie irgendwelche Anwendungsfälle. Je nach Situation muss dann einfach jeder selber wissen. Jedenfalls wirkt das Ganze zunächst mal wie eine Stop-Loss-Order. Und das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, weil es ist tatsächlich so, dass man seine gesamte Position verlieren kann. Auch in dem Fall, dass man jetzt hier quasi Dollar entnommen hat. Also wenn ich jetzt eine Einlage von 1000 Dollar habe und ich werde liquidiert, sind die 1000 Dollar definitiv weg. Aber wenn ich Gewinn gemacht habe, kann ich ja schon mal 240 Dollar leihen. Die sind dann in meinem Wallet, die gehören mir schon mal. Und wenn ich dann meine 1000 Dollar komplett verliere, dann hätte ich ja quasi weniger verloren, weil ich ja die 240 Dollar schon habe. Die werden mir auch nicht weggenommen. Die bleiben in meinem Wallet. Und das ist jetzt, wenn man es um die Ecke denkt, in gewisser Weise eine Form der Stop-Loss-Order. Das heißt, wenn ich also jetzt hier den Verlust begrenzen möchte auf unter 1000 Dollar, dann würde ich im Falle, dass ich Gewinn mache, hier ein Darlehen nehmen, diese USD in meinem Wallet halten und dann einfach die Position womöglich sich komplett liquidieren lassen. Hätte ich da 2000 Dollar verloren, auf der anderen Seite aber noch 240 übrig. Das ist ungefähr dasselbe wie eine Stop-Loss-Order. Eine zweite Möglichkeit, Gewinne zu entnehmen, ohne die Position ganz aufzulösen, besteht darin, dass man quasi die Sicherheit, die man eingelegt hat, wieder teilweise rausnimmt. Und das geht natürlich auch nur, wenn der Gewinn ausreicht, weil die Sicherheit wird ja benötigt, um das Darlehen zu besichern. Aber manchmal ist die Sicherheit, die man hinterlegt hat, ja so viel wert, dass man sie ein bisschen reduzieren kann und die Position trotzdem noch sicher genug ist. Und das funktioniert über die Remove Collateral-Funktion. Die findet man hier in dem Collateral-Bereich unter Remove. Hier muss man dann eben einen Betrag eingeben, den man entnehmen möchte. Und dieser Betrag ist durch den Gewinn, den man in der Position hat, eben auch begrenzt, weil man kann ja nicht mehr entnehmen, als letztendlich an Sicherheit benötigt wird. Wichtig ist dabei, dass sich die Liquidation-Range natürlich dann auch nach rechts verschiebt. Das heißt also, man wird, wenn weniger Sicherheit hinterlegt ist, schneller liquidiert. Der Preis, die Liquidierungsgrenze geht also nach oben. Und das ist also eine Möglichkeit, auch sein Risiko zu erhöhen. Gleichzeitig hat man aber dann eben auch einen Teil seiner Gewinne entnommen, sodass sich das in irgendeiner Form ausgleicht. Man muss sich das eben gut überlegen, man muss das abwägen, was man hier machen möchte und was nicht. In der Bilanz wirkt sich das Ganze dann eben so aus, dass ein Teil der Sicherheit ins Wallet wandert. Dadurch reduziert sich dann eben die Position und die ganzen Werte der Position gehen auch runter. Die Gesamtposition geht runter auf 0,132 Bitcoin hier in diesem Beispiel. Der Gewinn würde sich reduzieren, weil man den ja eben entnommen hat. Der Gesamtwert der Investition würde sich reduzieren, weil ja ein Teil der Investition im Wallet gelandet ist. Und dabei ist eben ganz wichtig zu verstehen, dass sich die Position letztendlich dadurch reduziert, dass man also seine Gewinne, in gewisser Weise seine potenziellen Gewinne, die möglichen Gewinne, die man machen kann, reduziert, weil ja jetzt weniger Bitcoin in der Position ist. Und das heißt, wenn der Bitcoin steigt, macht man dann auch weniger Gewinn. Das ist also ein wichtiger Unterschied zu der Möglichkeit, ein Darlehen auf die Position aufzunehmen, die ich vorher beschrieben habe, weil da in diesem Fall die Positionsgröße ja gleich bleiben würde. Man also das gesamte Potenzial, das in der Position steckt, erhalten würde. Und hier würde man das Potenzial reduzieren. Wenn einem die ganze Kiste dann irgendwann zu heiß wird und man irgendwie mal sein Risiko reduzieren möchte, dann ist das wichtigste Tool, das man tatsächlich hat, die Liquidierung selber. Denn die Liquidierung wirkt ja im Grunde wie ein Stop Loss. Und das führt dann auch quasi zu einem so ganz, ganz grundlegenden Ansatz, wenn es um Hebelpositionen geht. Und zwar ist folgende Herangehensweise eigentlich ziemlich schlecht. Und zwar angenommen, man hat ein Gesamtkapital zur Verfügung für die Investition von 10.000 S-Dollar. Dann macht man eine Einlage mit dem gesamten Kapital, nimmt ein Fünffachhebel, hat also ein Darlehen von 40.000 Dollar am Laufen. Gesamtpositionsgröße ist 50.000 Dollar. Was passiert bei einer Liquidierung? Klar, das ganze Geld ist weg. Alles, was man hatte, ist verloren. Und das ist einfach super schlechtes Risikomanagement. Und der richtige Ansatz ist tatsächlich zu sagen, ich habe ein Gesamtkapital von 10.000 US-Dollar zum Beispiel. Und ich mache jetzt eine Einlage von 2.000 US-Dollar, verwende einen Fünffachhebel und hätte dann eine Gesamtpositionsgröße von 10.000 US-Dollar. Das entspricht meinem Gesamtkapital. Aber ich kann von meinem Gesamtkapital jetzt nur noch 2.000 US-Dollar verlieren. Und die Idee hier ist jetzt nicht, konkrete Zahlen zu nennen, sondern einfach nur mal so ein Beispiel zu zeigen, wie man sein Risiko mit der Liquidierung managt. Denn jetzt in diesem Fall würde ich eben nur einen Teil meiner Einlage verlieren und nicht wie in dem anderen Beispiel alles verlieren. Und das heißt, ich habe immer noch 8.000 Dollar übrig in meinem Portfolio, um zum Beispiel einen Hedge gegen den Verlust aufzubauen oder mich zu diversifizieren, in irgendeine andere Anlageform zu investieren, die vielleicht dann im Kurs hochgeht oder einfach nur stabil bleibt im Kurs, die also nichts mit dieser Position zu tun hat. Meine Verluste sind jetzt in diesem Fall also auf 2.000 Dollar begrenzt. Und das ist eigentlich dasselbe, als würde man jetzt mit dem Gesamtkapital in die Position reingehen und dann irgendwie eine Stop-Loss-Order hinfummeln. Und das ist bei CurveUSD eben extrem schwierig aufzubauen, während das sicherlich bei zentralisierten Plattformen einfacher ist, weil man dann einfach an irgendeinem Kurs eine Stop-Loss-Order setzt und dann darauf hoffen muss, dass die dann auch rechtzeitig ausgeführt wird und man nicht plötzlich trotzdem seine Gesamteinlage verliert. Und natürlich ist es auch ratsam, die Liquidation-Range im Auge zu verhalten und das kann man ziemlich gut mit dem Price-Alert von zum Beispiel CoinGecko. Hier gibt es dieses Glockensymbol, das findet sich auf jeder einzelnen Asset-Seite und wenn man hier ein Konto hat, dann kann man sich über dieses Symbol benachrichtigen lassen, wenn ein bestimmter Preis erreicht wird, entweder von oben oder auch von unten. Und das funktioniert besonders gut in Kombination mit der mobilen App, weil dann bekommt man diese Benachrichtigungen tatsächlich auch aufs Handy und nicht nur per E-Mail, was man dann womöglich verpasst, sodass man also merkt, wenn man zum Beispiel in der Soft-Liquidation sich befindet, man würde dann quasi ein Price-Alert setzen, am Anfang der Soft-Liquidation-Range würde benachrichtigt werden und weiß dann, okay, meine Position ist in Gefahr und dann kann man entsprechend das Risiko etwas reduzieren. Dafür gibt es dann drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass man einen Teil seines Darlehens zurückzahlt, dadurch das Risiko reduziert. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass man die Sicherheit, die man hinterlegt, erhöht und dadurch auch das Risiko reduziert. Und die dritte Möglichkeit besteht in der sogenannten Selbst-Liquidierung, Self-Liquidation. Dabei bezahlt man sofort alles, was man an Schulden hat auf der Plattform, also das Darlehen und die Gebühren und die Zinsen, die aufgelaufen sind, mit einem Schlag zurück und dadurch wäre die Position dann komplett aufgelöst. Man wäre quasi sofort aus der ganzen Sache raus. Eine sehr interessante Variante, sein Risiko zu reduzieren, besteht darin, einfach den Hebel runterzusetzen, zum Beispiel von einem Fünffachhebel auf einem Dreifachhebel. Und die Funktion findet man hier im De-Leverage-Bereich. Und hier kann man also eine Anzahl an Bitcoin eingeben, um die man die Gesamtposition reduzieren möchte. Und dadurch reduziert sich dann eben auch der Hebel. Das hier wäre jetzt zum Beispiel eine solche Position, die im Minus ist. Und hier würde ich jetzt mal den Hebel reduzieren wollen, von einem Fünffachhebel auf einen Dreifachhebel, um mein Risiko zu reduzieren. Und dafür würde ich quasi in das Formular, in das De-Leverage-Formular, eintragen, dass Curve 2 Fünftel meiner Position verkaufen soll, weil ich auf einen Fünffachhebel, wenn ich den auf einen Dreifachhebel reduzieren möchte, muss ich 2 Fünftel der Gesamtposition verkaufen. 2 Fünftel, das sind 0,057 Bitcoin, die ich also hier reduzieren möchte. Und wenn ich die eintrage in das Formular, dann würde Curve quasi erstmal die Assets verkaufen, die ich mir ausgeliehen habe, und zwar 0,057 davon. Das ist genau die Hälfte hier von den Assets, die hier sind. Und mit dem Verkaufserlös aus diesem Verkauf würde dann mein Darlehen getilgt werden. Meine Position würde sich entsprechend reduzieren. Und mein Darlehen auf der anderen Seite würde sich auch reduzieren. Dadurch wäre quasi das Risiko aus dieser Position rausgenommen. Und der Hebel würde sich dann reduzieren auf einen Dreifachhebel. Das Charmante an dieser Variante ist, dass ich hier mein Risiko managen kann, ohne dass irgendwelche Assets in meinem Wallet betroffen sind. Also das heißt, ich würde nicht meine Sicherheit angreifen, die ich hier hinterlege, indem ich mir etwas auszahle. Es würde also nichts in mein Wallet reinkommen. Aber auf der anderen Seite würde auch nichts aus meinem Wallet rausgehen. Ich müsste nicht, wie zum Beispiel beim Repay oder beim Selfliquidate, eigene Assets mitbringen, um hier mein Risiko zu reduzieren. Und stattdessen passiert alles intern bei Curve aus den vorhandenen Mitteln. Und das ist eigentlich die beste und einfachste Variante, sein Risiko zu reduzieren, wenn man hier eine solche Position offen hat. Leider steht auch diese Variante nicht zur Verfügung, wenn man sich bereits in der Softliquidierung befindet. In diesem Fall kann man also D-Leverage nicht verwenden. Und damit sind wir auch am Ende dieses Tutorials. Und falls es dazu Fragen gibt oder irgendetwas noch unklar ist, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ich bemühe mich, jede einzelne Frage zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich noch weiterhin viel Erfolg. Alles Gute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020